Sie suchen ein komfortables Auto mit genug Platz für die ganze Familie, aber trotzdem mit geringem Kraftstoffverbrauch? Dann könnte dieser Toyota genau das sein, was Sie suchen. Ein Hybridauto wird durch einen Benzin- und einen Elektromotor angetrieben. Hierdurch ist das Auto sehr sparsam und umweltfreundlich. Im Interieur finden Sie eine Klimaautomatik, Servolenkung und Zentralverriegelung. Möchten Sie eine Probefahrt mit diesem Toyota machen? Dann rufen Sie uns jetzt an, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017